Jungs, was geht ab? Wenn nicht, gehts wieder weg am Start. Und zwar zu einem Video auf dem VP-Clan-Channel und ich darf euch heute wieder zu einem neuen Video begrüßen. Mein Name ist Paul aka VNRG, auch genannt als Venergy. Ich bin 16 Jahre alt und bin VP vor 2-3 Wochen oder ist es schon ein Monat, ich weiß nicht ganz genau. VP als Comtator gejoinnt und freue mich auf die ganze geile Zeit mit den Boys. So, ich glaube das sollte erstmal zu mir reichen. Was ihr im Hintergrund seht, das weiß ich jetzt noch nicht ganz genau. Ich denke mal, es wird ein schnelles Gameplay sein, irgendwie, keine Ahnung, schnell Luclaff und irgendeine Member. Auf alle Fälle ist der Channel-Link zu mir und der Channel-Link von dem Gameplay, der ich bin natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und ihr könnt auf alle Fälle mal vorbeischauen, wenn ihr wollt. So, ich will jetzt einfach mal ein kleines bisschen ansprechen, so zur Zeit die Lage im Klaren, was wir zur Zeit vorhaben. Ich will jetzt kein richtiges extra wieder zu raushauen, aber ich will einfach mal kurz ein paar Einstichelingen, Einstichelingen, ein paar Ansprüche. Ach Junge, bin ich behindert, Alter? Ein paar Eindrücke geben, was wir zur Zeit geplant haben und wie es zur Zeit jetzt mit VP weitergeht auf YouTube und allgemein unsere Laufbahn. Ähm, wo ich jetzt vor kurzem in VP rein bin, ähm, da war das nicht so alles organisiert mit den Gameplays. Äh, mit den Gameplays sag ich ja, mit den Commentaries und alles. Und das hat jetzt aber alles gelegt, wir haben festen Upload-Plan und wir haben jetzt richtige Motivation, ähm, Videos zu machen und so. Und wir haben auch, ähm, ja wie gesagt, wir haben jetzt einen Upload-Plan und, äh, der geht jetzt also über den ganzen Monat. Ich werde euch alle zwei Wochen, ähm, so klar bewahrt ist, werde ich euch hier beglücken. Immer samstags, glaube ich, Samstag oder Mittwoch. Irgendwie so bin ich an den Tagen immer zu finden auf dem Klaren Channel. Und seid natürlich immerhin weiterhin aktiv, also wir wollen natürlich auch richtig durchstarten hier. Wir sind alle voll motiviert und so. Und ich muss auch sagen, der Klaren hat eine übelst gute Chemie, es gab bis jetzt noch nie Beef oder was heißt Beef. Natürlich gibt es mal kurz Streit und so, aber das ist natürlich auch wieder schnell geklärt. Aber ich muss sagen, ich fühle mich in VP wirklich richtig wohl, wir sind wirklich eine richtige Familie. Und, ähm, ich freue mich einfach auf die Zeit und es wird einfach richtig Hammer. Und ich hoffe, ihr freut euch auch auf die Zeit und so. Ich hoffe mal jetzt nicht, das war jetzt so schlimm, dass das Commentary jetzt hier nur so kurz geht. Aber es werden jetzt mehrere Commentaries folgen. Aber wenn man jetzt hier einen Commentary macht, um sich vorzustellen und eine Real-Life-Story würde ich jetzt eigentlich noch nicht raushauen. Ähm, deswegen eine kleine Vorstellung, wie es der Zeit im Klaren abgeht. Kommt nochmal ein wirklich spezifisches Video von den Liedern oder, ja, genau, von den Liedern. Und halt, ähm, die das hier alles organisieren und sowas. Wie gesagt, Jungs, gönnt euch das Gameplay noch. Ich weiß nicht, ich werde jetzt ein bisschen in den Video noch hinterlegen. Und dann würde ich sagen, bewerten kommt nicht vergessen. Ähm, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Bleibt immer schön aktiv. VPS Family, Jungs. Und, ja, haut da rein. Und, ja, haut da rein. Und, ja, haut da rein.